Oh ja, das beste Schild noch rausgeholt. So, Schiff entladen. Ich habe ja Glück, ich habe übrigens schon die Landungsschiffbeschleunigung. Da hat ja einer gesagt, ohne die dauert das ewig. Also dauert das bedeutend länger, dass das Landungsschiff zurückkommt. Hier ist das ja wirklich, die Startner sind ja schon wieder im Hangar. Man könnte auch die Hoffnung haben, dass spätere Klone vielleicht einfach schlauer sind und nicht versuchen, durch die Schiffswand was zu töten. Aber daran glaube ich nicht. Also die haben ja einen Intelligenzwert und ich glaube, der hat nur Auswirkungen darauf, dass die an der Konsole stehen und dann das schneller machen. Also so schnell, wie ich vielleicht mit der Konsole umgehe später. Komisches Einparken. Auf 했던, wie ich nicht so viel mehr ohne Underwater soupkرضte meinen Namen ist required. Weapons deactivated. Weapons activated. Habt über drei Räume gehört mit Help. Aber dafür, dass es immer noch mal ne erste Runde ist, komm ich relativ weit. Hab ich mir mal sagen lassen. Du kannst, äh, nein, du kannst maximal acht Kraftfelder oder Geschütztürme im Waffenlager haben. Ach, da ist wieder in der Raffinerie irgendwas rausgekommen. Ach, dieses wundervolle Geräusch. Jetzt werden wir mit Nadeldrucker rumhantieren. Meine Gibaian machen ne ganz gute Arbeit. Na komm, nur einmal runter und dann geh ich zum Händler. Warum? So, wahrscheinlich wird mein ganzes Schiff in die Luft gehen ja gleich. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Danke, Adcom, fürs Folgen. Schauen wir mal, ja, Treibhaus, Produktionsseite. Ach, verdammt, blaue Strahlung. Aber ich hab eh keinen. Aber ich hab eh keinen. Keine Spezes, die... Ah, den hier. Davon kann ich einen bauen. Beziehungsweise zwei. Wenn ich die Pflanze dafür anpflanze. Da brauch ich aber erstmal wieder blaue Strahlung. Ich will der Pflanze beim Wachsen zusehen. Oh, bestimmt, wenn ich mich umdrehe und zurückdrehe, steht da plötzlich ne ganze Pflanze. Oder auch nicht. Sie kann nicht wachsen, wenn du zuschaust. Gibt Spiele, die machen das so. Du drehst dich weg. Und dann wächst die Pflanze plötzlich. Ach, der Roboter muss sie erst liefern. Boah, Zocknaff, du bist einfach so ein schlaues Kerlchen. Also hab ich mir die ganze Zeit nur einen Topf Erde angeschaut. Und er liefert das auch noch zu falschen Plattformen. Blöpp! Danke, Craft, fürs Folgen. Auf zur Brücke! Aus der Bahn! Überzeugung. Wart hast du lieber geflряд Åten von? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Moment, da waren wir jetzt, da hat sich aber schon alles geholt Gut, dass es keinen Treibstoff gibt Wie bei FTL Da war alles weg Da war auch noch ein bisschen Schwefel Komm Was? Ich verbrauch Uran? Pro Sprung 1? Warum steht das nirgendwo? Ach, dafür ist das Uran Hö, aber ist immer noch 24 Welcome Disconnected Eigentlich der beste für Bodeneinsätze Ah, du verbrennst einen Brennstab Pro Sprung Kein Uran Also du verbrauchst Ja Warum bin ich so arm an allem? Das sah auch bei besser aus Mein Lager war mal total überfüllt Keine Sorge, wir verlieren keine Ressourcen Mein Gott, das hört sich an, als wenn ich das Schiff auseinander genommen hab Also komplett Also komplett Tja Jetzt könnte ich die Frage beantworten Vom letzten Mal spielen, wo einer meinte Weißt du wofür das Uran überhaupt ist? Ach Moment, wir fliegen direkt weiter Waren die letzten Anfangssysteme noch frei? Okay New materials have been refined Weißt du was eigentlich das Schlimme ist? Meine Leute laufen da durch und sagen Oh, das ist aber ein schönes Gewächs Weißt du was eigentlich das Schlimme ist? Was ist die Frage? Ja Was ist das? Anwesstattung Das war erst mal Vom es ist Das war erst mal Vom es ist Es ist Es ist Das war Das war Das war Das war Das ist mir doch egal, was für ein... ...ob weib ich noch ein Männchen. Ihr seht beide aus. Die Kacke. Voll gut, ey. Du hast leuchtende Augen. Du musst gar keine Taschenlampe benutzen. Ach, ein Wunder der DNA-Technik. Wir sparen so viel Akkus. Nee, die ist nicht gut fürs Bett. Da kann ich nicht schlafen, wenn die nachts aufwacht. Dann streitet die Decke an. Außer, es ist sowas wie so ein Sternenhimmel, der aus ihren Augen leuchtet. Damit könnt ihr mich arrangieren. Ich nenne mich mal den Arachnoiden hier raus. Und einen der Menschen. Gommes heißt der eine Inferno. Du brauchst kein Nachtlicht mehr. Ah, sie hält die bösen Geister fern. Die tragen eh alle dann einen Helm plötzlich. Du siehst ihn nur im Kloncenter mal ohne. Oder wenn sie krank sind und in die Unterkunft laufen. Weil dann nehmen sie den Helm ab, damit die ihre ganzen Bazillen rumspucken können. Die haben sie dormt. Die haben sie vermutet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut. Rück und weiter fliegen. Ah, verdammt! Du bist ein Wildschwein! Was? Du bist also ein Wildschwein. Nein, du bist ein Wildschwein. Ich habe gerade ausgewählt, dass Uran in Brennstäbe umgewandelt werden soll in der zweiten Raffinerie, die ich extra für sowas gebaut habe. Ich bin so K.U.K., da platzt einem das Rohr. Warum habe ich jetzt die Pistole mit reingenommen? Weil ich die ganze Zeit kostbare Munition verschwende, um irgendwelches Gewächs zu zerstören, wenn ich hier durchlaufe. Und ich muss jetzt auf irgendwas schießen. Und ich will sehen, wie die Entfernungsaktionen sterben auf dem Planeten. Hä? Warum schreibst du denn klug mit L? So ein Unsinn. Jeder weiß doch, dass bei klug, dass Y stumm ist. Och, wer weiß doch, dass du ein Wildschwein in Raffinerie bist. Boah, Leute, lasst euch gerade beschießen. War übrigens wirklich so. Die standen da rum und haben sich beschießen lassen einfach. Ah, ihre Geheimtaktik. Habt ihr gesehen? Die haben einfach eine Munitionskiste in die Sicht geschmissen. Um den Feind besser zu verwirren. Wollen wir das gar nicht mal so unpraktisch mit dem mitzugehen, dann kannst du wenigstens Proben sammeln auf dem Planeten. Die scheinen zwar alle immer ein bisschen gefährdeter zu sein, dann. Brauchen Holos auch Atmosphäre? Jupp. Ach, so ein Unsinn. Hallo, Henning. Da waren wieder Alien-Bewegungen. Boah, vor allem das hier, ne? Als wenn man nicht einfach einen Verladeroboter hat, der einfach erstmal alles beiseite räumt, damit du mit dem Schiff wieder starten kannst. Was ist das für eine ineffiziente Produktionsanlage hier? Als wenn die Ware erst registriert werden muss. Es ist meine Anlage und ich kann nichts daran verändern. Weil diese Maschine nicht selbst zu programmieren ist. Ich werde mich definitiv nicht beim Kapitän beschweren. Das wäre nämlich shit zu freien. Bleibt ruhig drin. Ich weiß, die Infernus haben ja ein bisschen weniger Intelligenz. Ich weiß, die Infernus haben ja ein bisschen mehr verletzt, aber ich weiß, die Infernus haben ja ein bisschen mehr verletzt. Gute Nacht, der Dicke. So, Landungsschiff voll. Wollte nur noch eben erledigen, weil ich hab manchmal das Gefühl, dass wenn du abfliegst und irgendwie direkt in der Umgebung vom Landungsschiff noch Gegner sind, dass die eher mitkommen. Also, dass du eher was mit aufs Schiff nimmst. Als wenn da einfach in dem Moment nichts ist. Ach, verdammt. Und schon ist es widerlegt. Polos spawnen und aus den Kisten kommen Spinnen. Wir hatten unten aber auch. Ach, ich weiß auch nicht. Ach, man kann nicht mal in den Tod springen. Und das bei dieser wundervollen Crew. New Materials have been refined. New Materials have been refined. Äh, da lang. New Materials have been refined. Doop-doop. Tja, das ist das letzte System hier bei den Niedrigstufigen, wo ich irgendwas holen kann. Außer das eine hier oben, wo die Sonnenbinde sind. Oder Sonnenstürme. Dafür brauche ich aber ein Schild. Neue Materials have been refined. So, ihr holt die Rahmen und mit euch geh ich runter. Auch wenn es nicht viel ist. Wir machen jetzt noch die zwei... ...Kaneten hier leer. Und, äh, sammeln noch ein bisschen mit dem Teleporter. Taktorstrahl. Wie auch immer. Und dann war's das für mich heute auch. Spät genug. Taktorstrahl. 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 War schon alles, ne? Waren nur zwei Uran übrig. Hau ab, du Wurm. Schon? Schade. Also ich bin seit sechs Stunden... ...noch schon dran. Neue Materialien wurden aufgewandert. Neue Materialien wurden aufgewandert. Neue Materialien wurden aufgewandert. Launch Sequence aktiviert. Neue Launch Sequence aktiviert. Sieben. Sechs. Fünf. 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 Du bist halt schon einen Arbeitstag lang am Stream heute. Sogar länger als einen Arbeitstag. Und du musst da bedenken, dass ich dazwischen ja auch noch Sachen mache. Die reine Streamingzeit, klar. Dann cutte ich noch Sachen, machst auf YouTube noch die Bildchen rein oder machst Thumbnails oder spiel irgendwas an, um das mal zu testen. Ich will mich nicht beschweren. Es gibt immer was zu tun. Obwohl ich wirklich in letzter Zeit schon versuche, auch mal... mir mal ein bisschen Zeit zu nehmen, um mich so ein bisschen abseits mal hinzulegen. Und einfach alles liegen zu lassen. Dann kommt ein Video halt mal eine Stunde später. Als es in meinem Plan drin steht. Hauptsache es kommt an dem Tag. Hm, die Handgun ist gar nicht so schlecht. Jedenfalls reicht es für die kleinen Viecher. Ui, ob der wirklich gearbeitet... Das weiß ich, die Handgun, das war die Ladeluke, die nach oben geht. So, was sagt denn unsere... Na? Unser Lager. Geben hab ich immer 24 Uhr an. Gefühlt. Niederstand nur 23. 23. Ne, hier ist 24 Uhr an. Oder Lügenbaron. Wenn ich den Countdown starte und das Schiff verlasse, beziehungsweise nicht zurückkehre, werde ich wahrscheinlich zurückgelassen und bin dann Mist in Action. Die 2-3 Fühnerien zu bauen war eigentlich keine schlechte Idee. Geht wirklich schneller. Und langsam krieg ich eine richtige Crew. Wobei ich bedenke, um das Genesis zu starten, musst du 30 Leute aussetzen. Gute Nacht, Sarulon. Gute Nacht, Sarulon. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, sie sind alle reingekommen. Ich habe nämlich gedacht, also ich wollte mal testen, was passiert, wenn ein Klonen aus Versehen außerhalb des Schiffes ist. Also wenn wir starten, wenn wir oben starten, ist es egal, es sind alle vier drin. Naja, in den ersten Folgen passiert ein bisschen mehr als gerade im Stream heute. Vor allem, weil ich gerade auf Nummer sicher abbaue. Das sind ja die einfachen Gebiete und nicht die schwierigen. Da gehe ich erst nächstes Mal wieder hin. Also mit einer höheren Gefahrenstufe. Aber ich wollte jetzt alle Mineralien hier mitnehmen, die es gibt. New Materials have been refined. So. Dann schicke ich nochmal alleine runter. Ich gehe zur Brücke. Da warte ich, wann es jetzt zurückkommt. Die Mistviecher kommen wirklich, wenn das abgesetzt wird, die Materialien, kommen die da rausgelaufen. Aber irgendwie zackt das auch ein bisschen ab mit der Raffinerie. Warum kommen die Viecher dann wieder raus in der Raffinerie? Ohne Kack, als wenn nicht irgendjemand aufpassen könnte, ob in den Rohstoffen eine riesige Tarantel ist. So, da oben war ja alles. Hier auch auf dem gelben. Ah ne, komm mal, da brauchen wir 17 Crew. Gefahrkritisch, unbekannte Ressourcen. New Materials have been refined. Warning. Prepare for hyperdrive. Warning. Prepare for hyperdrive. Gehe ich zuerst dahin. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Oh nein, ich hab 25 Uhr an. Warning. Prepare for hyperdrive. Wobei, besser ich geh ins Bett. Und dann muss ich einen Test-Upload machen von der Phoenix-Folge, von Phoenix Point, die ich schon zweimal hochgeladen habe und beide Mal hat YouTube die nicht durchgerendert. Ein Traum, oder? Deshalb werde ich jetzt nicht in das letzte System springen. Das mache ich dann nächstes Mal. Das mache ich dann, ich самого porch. Jetzt bin ich oben dann. Let's subscribe. Bis zum nächsten Mal. валTOK. Bis zum nächsten Mal.